Sitz allein, hab niemand mehr, reise weg, reise weg. Verbraucht euch schon, hab mein eigenes Bier, reise weg, reise weg. Lass sie los, lass hinter mir, ich bin endlich frei. Lass sie los, lass hinter mir, ich bin endlich frei. NANI? Und wo kommt jetzt ein Babyhühnchen her? Ich hatte keine Eier. Wer kommt jetzt auf den Grill? Ja, komm, wie offensichtlich wollt ihr das machen? Also ganz ehrlich, hättet ihr jetzt, also hättest du jetzt die hier in den Kloß eingestellt und hättest du gesagt, ey, schau mal an den Kloß, du hast ja ein paar heiße Chicks oder so, ne, aber... Kommt, meine Chicks, kommt her, kommt her. Ich zeige euch meine Attraktion. Ich kann... Auch ihr da oben, kommt herunter, kommt herunter, tretet nahe. Ihr tretet nahe. Ich zeige euch, meine Kinder, wie man Weizen-Samen jongliert. Und alli, hopp, und alli, hopp, und alli, hopp, und alli, hopp, 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 hop Weizenkörner Kann die bitte den Müll hier klappen? Junge, als ob jetzt mittlerweile überall Schild dahingestellt wird mit... Ich bin kein Müllmann! Leute, ich bin kein fucking Müllmann! Wenn ich nichts in die Truhe schmeiße, tut es keiner. Ich hab grad... Ich hab mir grad bei Sir Paddy... Ich oder Sir Paddy nichts in die Truhe werfen, tut es keiner anderer. Ich verstehe. Und das tut mir sehr leid, ähm, ihr seht, äh, ihr redet ja gerade wohl in einem, ähm, ähm, dieses ungünstigen Zustand, so wie der... Ah! Ich kann nicht... Ich kann nicht... Oh, das ist hell! Ah! Oh, das macht die Augen... Ich hänge... ich hänge fest! Es ist klebrig! Es ist klebrig! Ich kann mich überhaupt nicht bewegen! Ich kann mich überhaupt nicht bewegen! Ah, ich war geschlagen! Ich war geschlagen! Entschuldigung! Ich hab's nicht versuch... Ich bin wie ihm abzubauen! Ah! Es funktioniert! Auaaa! Ich krieg Schaden, wenn ich die Spinne anschieße! Das ist... Die Spinne greife ich hier an und das ist Banshee mit der... Oder irgendjemand... Mit der Banshee... Mit der Fell... Ich töte mich selbst! Im Namen... Der Heiligen... Cox... Chicks... Verschwinde, du Spinne! Friss... Die Zwiebel! Friss... Die Zwiebel! Verschwinde! Da wo das herkommt... Kommt mehr! Friss... Die Zwiebel! Nein! Ich soll die Zwiebel nicht selbst essen! Das ist Knoblauch! Knoblauch! Nicht Zwiebel! Knoblauch! Stirb an Knoblauch! Friss dich! Nimm... Nimm das Hühnchen! Nimm das Hühnchen! Nimm's mit! Nimm es! Kann ich mit Bier dienen? Wenn ich dir Bier gebe, verschwindest du! So, jetzt hab ich Türen! 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 Türen hüub! Türen! Cüren! Türen! 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 Tag. Hallo. Ähm. Du bist ganz merkwürdig gerade hier rumgekrochen. Wie? Ich bin merkwürdig durch dich hingekrochen? Soll ich es dir demonstrieren, oder was? Bitte. Oh, ja. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Genau so. Was kann ich für Sie tun? Also, ich hätte gern Schlösser kombiniert und du weißt schon, das Prozedere. Okay, einen Moment, ja? Ja. Okay, bitteschön. Ein Schloss. Das macht fünf Silber. Fünf Silber? Ja. Das sind Kupfer, ein bisschen Bronze und Silber nicht mittlerweile das gleiche. Ja. Ja. Dann kriegst du fünf Bronze. Oh, dankeschön. Danke für meinen Schlüssel. Oh, ja. Ganz merkwürdig. Das Ding funktioniert auch an Land. Ganz, ganz wild. Dich. Nicht. Arm. Weg. Ich glaube, ihr Schloss ist gebrochen. Sie brauchen ein neues. Solche neues herstellen. Ja, ich hätte gern ein neues. Bitteschön. Oh. Dankeschön. Ein bestes Modell. Ja. Dafür gibt es wahrscheinlich nächstes Mal zehn Bronze. Genau, genau. Achso. Bitteschön. Dankeschön. Schönen Tag noch. Moment mal, ist das nicht mein Stand? Hey. Moment mal. War das nicht Brot? Bei Brot? Das ist, das ist, oh. Ey, schau mal hinter dir. Hä? Ähm. Ich weiß nicht, woraus du meinst. Also, ich erkenne da nur eine... Wo bist du hin? Ey, wo bist du? Zeig dich. Ich hab Brot und Alkohol. Hab ich gerade Brot geholt? Was? Auch jetzt ist es hier drin. Dankeschön. Schönen Tag noch. One hour later. Ich fühle mich richtig schlecht. Warum? Ja, hast du deine 15 Kupfer wieder? Wieso? Weil ich mich schlecht fühle. So schlimm. Ja, sie dir doch freiwillig gegeben. Okay. Das war ein faires Angebot. Krieg ich mein Brot wieder? Ja, ja. Dankeschön. Schönen Sie uns bald wieder. Letzt die Kenntnis gelernt zu haben. Oh, ich hab mir noch mal verdient. Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Ähm, wichtige Frage. Haben Sie so wirklicherweise einen, boah, einen Typ mit grüner Kleidung gesehen? Den suche ich gerade auf. Der hat mir überhaupt stehen zugeguckt. Der hat mich gerade beraubt? Also, wir wollten gerade was tauschen. Ich wurde bespannt. Der hat sich mein Geld... Nee, nee, passt schon, passt schon, passt schon. Wollten Sie mich gerade etwa abschleppen? Nein. Oh, schade. What? Was? Blitze? Hä? Was hab ich getan? Warum krieg ich den Zorn der Götter ab? Was? Zorn der Götter? Hab ich hier, hier vers... Ich spuck dich gleich an, Gott. Du kannst mir nichts, Gott. Du kannst mir nichts. Ich bin Blitzresistenz. Haha. Wenig besser bin als die Götter. Ich hab euch überlistet. Aua. Ähm. 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 Ich hab alles... Ich bin stärker als die Götter. Solange ich meine magische Angel hab, könnt ihr mir nichts. Nies. Fungiert als Blitzableiter. Ey. Götter. Schwarze Magie. Kack, Hexe. Ich krieg dir niemals tot. Nichts, solange mein Name... Tag, Herr Ruttakano lautet. Hahaha. Was ist das denn? Da steht Shift-Lick. Ich mach's doch. Mobbing. Ah. Ich... Das ist... Was für Shift-Lick. Das ist Mobbing. Ich hab... Sneaken auf V... V-Rechts-Lick. Was ist das für eine eklige Beschreibung? Egal wie Pussy ich bin. Ich bin Mann. Was ist das für eine eklige Beschreibung?